Habecks Rentenrevolution. Bis zu 10.000 Euro Extraprämie im Jahr für arbeitende Rentner geplant. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Meine Damen und Herren, am 24. Oktober 2023 hat Robert Habeck einen Plan aufgestellt für die Wirtschaft in Deutschland. Unter anderem geht es in diesem Plan, ich werde es dann gleich noch näher darstellen, auch um die Arbeit im Rentenalter. Und die soll sich nach Habecks Vorstellungen finanziell für arbeitende Rentner lohnen. Der will also eine Extraprämie bis 10.000 Euro für arbeitende Rentner organisieren und damit das Einkommen der Rentner um bis zu 10.000 Euro erhöhen. Ich zeige Ihnen das mal, wo es geschrieben steht und zwar hier in der Zeitschrift Business Insider. Und da hat also praktisch der Robert Habeck, Sie sehen ihn hier, seine Pläne mal auf den Tisch gelegt. Und zwar geht es im Kern darum, wer länger arbeitet, soll die Arbeitgeberbeiträge für Renten- und Arbeitslosenversicherungen zusätzlich ausgezahlt bekommen. Sie machen rund 10% des Bruttogehalts aus, stimmt nicht ganz, sind 10,6%, aber ich habe das auf einer anderen Folie für Sie mal aufbereitet. So, Habeck will damit dem Fachkräftemangel begegnen. Der Vorschlag ist Teil seiner Industriestrategie, die er am Dienstag, den 24. Oktober 2023, medienwirksam auch tatsächlich vorgestellt hat. Und ich zeige Ihnen auch nochmal, wo das genau steht und zwar haben wir hier die Industriepolitik in der Zeitenwende. Das ist also ungefähr auf 60 Seiten hat Robert Habeck hier seine Vorstellungen dazu dargelegt, wie der Industriestandort Deutschland gesichert werden kann, wie der Wohlstand erneuert werden kann, wie die Wirtschaftssicherheit gestärkt werden kann. Und mich hat natürlich mehr oder weniger als Rentenrechtler das ganze Thema interessiert, was er damit meinte, dass die Prämienzahlungen da geleistet werden können. Und da gucke ich mal auf Seite 39 dieses Planes und zwar hier auf der rechten Seite. Ich mache das mal ein bisschen größer. Also hier geht das los. Er sieht neben anderen Gruppen von Menschen in Deutschland bei älteren Menschen ein signifikantes Potenzial, das Arbeitsvolumen auszuweiten. Gerade auf Wissen, Können und Erfahrungen von älteren Menschen sollen wir nicht oder wollen wir nicht verzichten. Deshalb bedarf es gezielter Anreize, damit ältere Menschen freiwillig länger arbeiten können. So, und da sagt er, dass die Bundesregierung in einem ersten Schritt zum 1. Januar diesen Jahres 2023 die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten abgeschafft hat. Das, finde ich, ist keine schlechte Maßnahme. Und das Bundeswirtschaftsministerium hält aber weitere Maßnahmen für notwendig, um einvernehmliche Weiterarbeit einfach und möglich finanziell attraktiv zu gestalten. Eine wesentliche und sich offensichtlich anbietende Maßnahme zur Förderung einer Beschäftigung neben dem Rentenbezug wäre die Auszahlung, hier steht es, des Arbeitgeberbeitrags zur gesetzlichen Arbeitslosen- und Rentenversicherung nach Erreichen der Regelärtersgrenze direkt an den Arbeitnehmer. So wie es bisher bereits beim Arbeitnehmerbeitrag gehandhabt wird. Also ich weiß nicht, was beim Arbeitnehmerbeitrag tatsächlich gehandhabt wird, ob der dann ausgezahlt wird. Der Arbeitnehmerbeitrag wird doch nach Erreichen der Regelärtersgrenze vom Brutto gar nicht mehr abgezogen. Das heißt, die Leute haben ja auf ihr Bruttogehalt dann schon ein höheres Netto, wenn sie nicht auf ihre Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente verzichten. Das ist ja die gesetzliche Folge, dass die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung eintritt. Also das verstehe ich nicht ganz. Okay, also ich verstehe schon, was Habeck hier vorhat. Aber der zweite Teilsatz dazu ist für mich nicht ganz klar. Alternativ dazu wäre ein steuerlicher Freibetrag für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte oberhalb der Regelärtersgrenze denkbar. Also er sagt, okay, wir haben einmal die Variante, die Auszahlung der Arbeitgeberbeiträge nach Erreichen der Regelärtersgrenze, wenn ein Rentner arbeitet auf das Brutto. Das heißt also, das Brutto erhöht sich dann nochmal um den entsprechenden Anteil 10,6 Prozent. Rentenversicherung macht ja 9,3 Prozent aktuell 2023 aus und Arbeitslosenversicherung sind es 1,3 Prozent. Also der Arbeitgeberanteil von 18,6 und 2,6 Prozent, wenn ich es richtig gerechnet habe. So, das ist jetzt sozusagen das, was der Habeck vorschlägt. Und dann habe ich mal eine Folie gemacht für Sie, dass Sie das einfach mal sehen. Und hier sage ich Ihnen ganz genau, wie ich auf die 10.000 Euro Extraprämie komme. Also, nochmal, Rentner, die nach Erreichen der Regelärtersgrenze arbeiten gehen, sollen diese Prämie bekommen. Also nicht die davor. Ja, so, die Prämienzahlung an Rentner wird aus dem Brutto, aus dem monatlichen Brutto oder Jahresbrutto errechnet, der Arbeitgeberanteil. Der Arbeitgeber, Arbeitgeber zahlen nach der Regelärtersgrenze Rentenversicherung und Arbeitslosenbeitrag allein. Arbeitnehmer sind da freigestellt, wenn sie nicht auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten. Das machen vielleicht nicht viele, weil sich das oftmals überhaupt nicht mehr lohnt. So, das heißt also, 9,3% vom Brutto-Rentenbeitrag und 1,3% vom Brutto-Arbeitslosenbeitrag werden hier als Prämienzahlung ausgelobt. Das heißt also, die Prämienleistung sind 10,6% aus dem jährlichen oder monatlichen Brutto. Je nachdem, wie man sieht, bei einem Jahresverdienst von 2024 an der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung von 90.600 Euro würde die Prämie bei 10,6% bei 9.603,60 Euro liegen. Ja, das sind dann monatlich runtergebrochen rund über 700 Euro. Bei einem Jahresverdienst von 43.000 Euro würde die Prämienleistung immerhin noch bei 4.558 Euro liegen, monatlich 380 Euro mehr netto. Oder wir nehmen hier noch einen steuerlichen Freibetrag auf den Arbeitslohn, der möglicherweise auch geplant ist. Da verweise ich auf die Ideen der CDU, die hier 2.000 Euro Arbeitnehmer Einkommensteuer freistellen wollen, wenn sie neben der Rente noch weiter arbeiten. Also so sehen die Pläne aus, so sieht das sogenannte Erstattungsmodell des Herrn Habeck aus, meine Damen und Herren. Ich habe da so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Sie wissen, ich gönne jedem Rentner alles. Sie sollen eine Prämie kriegen, sie sollen die Inflationsausgleichsprämie kriegen, sie sollen eine höhere Rente bekommen und, und, und. Aber, das Problem, was ich hier sehe, ist, hier werden Beitragsleistungen aus dem Honigtopf der Beiträge für die Rentenversicherung direkt an den Arbeitnehmer gezahlt. Also Beitragsleistungen, die eigentlich der gesetzlichen Rentenversicherung gehören. Die sind dann mit einem Einschlag nicht mehr da. Woher nimmt dann die Rentenversicherung die ausbleibenden Beiträge? Das können ja ganz schön viele sein. Ja, wir wissen das ja nicht. Ich kenne ja die Statistiken leider nicht, wie hoch der Beitragsanteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder von Arbeitgebern sind, die nach der Regelaltersgrenze noch aus dem Bruttolohn ihrer Arbeitnehmer Beiträge an die Rentenversicherung abführen. Das müsste man mal ganz genau eruieren, wie hoch da die Beitragsausfälle für die gesetzliche Rentenversicherung sind. Das sehe ich sozusagen als ein großes Problem an. Und dann das nächste Problem, warum wird das im Grunde genommen erst ab der Regelaltersgrenze gemacht und warum nicht davor? Das ist mir völlig unverständlich. Wo ist da der Unterschied eigentlich? Letzten Endes hat doch der Rentner, der vor der Regelaltersgrenze arbeiten geht, Steuern auf seinen Arbeitslohn zahlt, dann gar keinen Anreiz mehr, da arbeiten zu gehen, wenn er erst warten müsste, bis die Regelaltersgrenze erreicht ist. Was ist das für eine Lösung? Da muss also sozusagen noch nachjustiert werden. Also meine Damen und Herren, das steht. Die Sache scheint wohl so in den Planungen von Herrn Habeck vorangetrieben werden. Dann gibt es wahrscheinlich Abstimmungen zwischen den einzelnen Ministerien. Und dann kann es vielleicht sein, dass wir in dieser oder wer weiß auch wann gearteten Legislaturperiode, wo dann die Grünen eventuell wieder mal an der Macht sind und mitmischen dürfen, dann eine solche Umsetzung haben. Aber, meine Damen und Herren, es ist nur ein Stück Papier, eine Planung. Es ist da also noch gar nichts beschlossen. Deshalb nur für Sie. Habeck plant die Rentenrevolution. Keine schlechte Idee, aber die Umsetzung wird schwierig werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.